Letztes Jahr hatte ich die einmalige Gelegenheit, den Soundtrack zu dem Film Paganini, der Tolle des Geigener zu schreiben. Ich habe Paganinis handschriftlich festgehaltene Geigenstimme natürlich nicht verändert. Da allerdings die Orchestrierung nie selber von Paganini notiert wurde, habe ich mir dort ein wenig die künstlerische Freiheit genommen, diese etwas umzuschreiben. Dabei war mir natürlich sehr wichtig, nur auf Instrumente zurückzugreifen, die auch um 1820, also in der Zeit, verfügbar waren. Das nächste Stück ist teilweise auch im Film zu hören. Ich freue mich, euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben auf den Soundtrack von Niccolo Paganini. Ich halte jetzt den letzten Satz aus dem zweiten Vierin-Konzert, auch bekannt unter La Campanella. Applaus Musik 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 Musik